Wir haben so viele Plastiksackerl, was machen wir denn mit denen? Wir werfen es weg. Jetzt ist immer die Frage, wie man ein Ding anschaut. Und ich habe mir halt gedacht, beim Entrümpeln eines Zimmers, oh mein Gott, so schöne Plastiksackerl, was mache ich denn mit denen? Und so ist die Geschichte entstanden in meinen Bildern. Ich bin die Sabine Nessling aus St. Pantalion. Ich bin Künstlerin. Ich zeige im Artforum Lehn meine neuesten Bilder, oder Beton mit Plastikkollagen. Irgendwo erinnern die Bilder an Streetart, an grafische Darstellungen mit bunten Knallfarben im Plastik. Ein Statement, dass man vielleicht Dinge mit einem anderen Blick anschauen kann, mit einem wertschätzenderen Blick, wo man dann sagt, okay, es ist was vorhanden, ich muss das nicht wegschmeißen, sondern was mache ich denn jetzt damit? Die Vernissage ist am 12. April um 19 Uhr im Artforum in Lehn.